Der war ja mal versteckt Hä, haben wir das schon gemacht? Nee, die 22 haben wir ausgelassen, glaube ich Ach, Kunde Alter Ja, ich komme nicht an diese Scheiße Kann es auch gar nicht dran gar nicht sein You can't get the chest Das ist asozial Warte, ich will mal schauen, was da drin ist Bestimmt steht da irgendwas drin wie Cheater oder so Nee, ein Diamant Aber da kommt man gar nicht ran Ich habe die jetzt nicht rausgenommen So Sage, vielleicht kommt man noch anders dran Alter, jetzt lass es doch mal Ja, jetzt ist das selber runtergesprungen Ja, weil ich dachte, dass man da zurückspringen kann Ey Leute, komm mal hier wieder raus Ernsthaft? Kommen wir hier nicht mehr lang Ne, schafft man nicht Alter Mann, dieses Schlagen, das kotzt so Mach mal Regen aus Nur weil du einfach nur nichts kannst Dann muss ich immer bestraft werden Mann, ich, oh Warte, aber am nächsten Checkmate Ja, kann ich machen, wenn ich so weit komme Ja, wenn Oh lol Oh lolol Okay, war nicht schwer Sieht schwer aus So, nächster Checkpoint Sehr, sehr gut Why send Heißt die nächste Stage Und das ist schon Stage 3 Okay Okay, wir haben schon zwei Stages geschafft Kommst du? Das muss man machen Ich glaube, das ist nicht erlaubt Das stand nirgends Das ist nicht erlaubt Auf diese Ecken zu gehen Bin nicht mehr sehr sicher Auch wenn ich sagen muss Dass ihr keine Ahnung habt Wie ich hier weiterkommen soll Ah, ich glaube hier Ja, ich glaube auch Weg damit Weg damit Mach's jetzt auch einfach weg Den kann man nicht wegmachen Den müssen wir jetzt schaffen Scheiße Mann Kann sie ja überhaupt nicht Wow Aber ne richtig schwierige Challenge Oder was Okay, yo Warum liegen da Melonenscheiben, bitte? Hä? Wie hab ich das denn so fertiggebracht? Bitte? Wie hab ich denn bitte das jetzt geschafft Da runter zu laufen? Ich hab nur auf die Melonenscheiben geachtet Die haben sich so irritiert Mich wirklich angreifend Leil Melone Brauch Konzentration Ja, und sonst schaffe ich diese leichten Pissersprünge nicht Ohne Scheiße Wo kommt die Melone her? Die hab ich da hingeworfen, weil ich eine aufgesammelt hatte Einzig sein Boah, bin ich wieder so hochgesprungen Melone Es ist, was es vielleicht die Pissersprünge sind Und an dem hab ich verkackt Ohne Kack Ohne Kack Nicht mich schlagen, das weißt du Okay Ich glaube, wir dürfen das Wasser nicht berühren Ach, warum das denn, ist ja doch dumm Keine Ahnung Wenn du Wasserbrust stoppst, du Hä? Ah, nein, da, was ist das Checkpoint? Das ist das Checkpoint, äh Hä? Ich, ich, inkompetent für Leiter Ach, der fuck Ich seh schon wieder was, richtig, richtig Nein, es abkürzungen, oder was? Man darf nicht auf dieser Außen grauen Dinger Was ist ja gut? Guuuut Oh, Leute Wenn mir, Florian mich mal nicht runter schlägt, dann bin ich als erstes, oder? Wieso kommt denn das nur? Jaja Ah, schon Gott Den kann ich doch nicht Ich bin einfach direkt hierher gesprungen Ah, lol Hätte ich auch erst überdeckt, aber der nasch zu Ne Ja, ich würde gerne jetzt hier die Sicht freimachen, oder? Ich geh einfach in den kreativ Und Florian, nächster Sprung Also wirklich nicht schwer, den Sprung direkt zu machen Ja Hey, ich war doch kurz Hahahaha Ich hab dir einen aufgemacht und du hast aus Reflex zugemacht Ich war aber, ich bin schon durchgelaufen, bin wieder zurückgepackt Kann man in meiner Aufnahme sehen Blue Pillars Okay Was soll das? Okay, useless Pillar Nein, es geht nicht Du musst da ja erst hin Ich glaub, man muss dahinter Ah ja, okay Stell mal Konstruktive Frage Und kommt nur so eine Piss Piss-Antwort Habe ich hart versagt Konstruktive Frage, ey Ich kann dazu so sagen Ha! Okay Geschafft Oh! Wenn ich mal nicht rumgelegt werde, dann werde ich also Oh man, ich bin ganz schlecht Gerade! Wiederhol das nochmal Mann, du nervst Halt deine Schnauze Das ist nicht so schön Es wäre so scheißegal Das könnte ich auch nur sagen Hahahaha Ernsthaft Dieses Vieh Boah, alter, musstest du das auf dem Block platzieren Alter Wegen der bin ich jetzt untergefallen In diesem Treckstwie, weil du das in dem Block platzieren hast Hahahaha Alter Fleuern Das ist doch mal Uiuiui Das ist eine Behinderung an der Challenge Alter Hör doch mal auf dieses Scheiß wieder dran Aber wie so fällst du denn sofort runter? Ja weil das für mich irgendwie wegdrängt oder so Das kann dich nicht wegdrängen Doch, das bohrt doch ganz kurz Ja, aber seit, seit, keine Ahnung, Version und so und so kann es kann er nicht mehr wegträgen ja 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 selte Version so und so auf jeden Fall ja lass das bitte ja ja lass es ey du sollst es lassen, oh man, jetzt bin ich ja trotzdem noch inkompetent das ist einfach inkompetent so ne einfachen Challenge oh ne k alter lass mich doch diesen scheiß fairer sprung schaffen das ist keine schwere Challenge schärf das ist einfach die